So, neuer Part, neues Glück, wir gehen immer noch dem detrischen Artefakt nach, wir sollen hier ja eigentlich ihr Licht durchführen, aber das geht ja nicht so gut und hier ist auch irgend so was schwarzes in der Luft. Sieht auch irgendwie ein bisschen böse aus, wenn ich ehrlich bin. Ah, die Höhle hat auch schon wieder was, also ist schon wieder relativ geil. So. Ah. Und ja, öffnen wir nur kurz einmal die Tür und ich bin richtig traurig, ich hab etwas mit Bedauern feststellen müssen und zwar hab ich einen deutschen Let's Player gefunden, der ähm, ja, bei Skyrim weiter ist als ich, der hat schon 266 Parts, also mega Respekt an diese Person, ich hab jetzt den Namen vergessen und auch wer das genau war. Auf jeden Fall 266 Parts, Respekt, ich lass mir auf jeden Fall bald was für das 200 Abonnentenspecial einfallen. Nicht 200 Abonnenten, Mensch, für die 200. Folge, das ist auch mal ne Truhe, ne Truhe wo 8 Gold drin ist, das ist ja selbst in so ner Urne, Begräbnisurne mehr drin. Auf jeden Fall sind wir auch knapp vor den 200 Parts oder dem 200 Part und da werde ich auch mir was einfallen lassen, wenn ihr Wünsche habt, immer her damit. Ich bin, wie gesagt, immer für alles offen, hab ich ja schon oft erwähnt. Und Sockel. Ja, geht noch mehr? Ne. Oder? Ne, mehr geht doch gar nicht, meine ich doch. Also ich würde jetzt einfach mal ganz grob sagen, ich gehe hier geradeaus weiter. Es sind immer noch diese komischen, verwesten Leichen, die haben aber richtig viel Gold dabei. Das ist ein bisschen eigenartig. Also wir haben gar nichts dabei, außer Gold. Die Tür ist offen, ich speichere einfach mal. Oh, hier sind jetzt auch schon so komische Viecher. Alter Falter, das sind Gegner, die wir bislang noch gar nicht gesehen haben. Also komplett neu. Finde ich geil. Und dann probieren wir doch mal, Elend mit Elend zu bekämpfen. Ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut, die Gegner. Die sehen richtig geil aus. Immer ein bisschen was anderes, außer immer diese Fallmerkacke. Wobei die Fallmeroment auch einfach echt mega stark sind. Deswegen mag ich die einfach gar nicht. Aber das macht hier schon alles einen sehr, sehr guten Eindruck. So. Scheint auch mal wieder eine Hürde zu haben, wo man ein bisschen nachdenken muss. Das ist ja eh wieder so ein bisschen mein Ding. Die steht da ja mal ein bisschen drauf. So, bevor ich mich hier drum kümmere, will ich hier erstmal lang gucken. Ist das wieder verriegelt? Ne, Schlüssel erforderlich. Okay, dann hüpfe ich hier nochmal rauf. So. Aber die Tür ist jetzt immer noch zu. Ne, die ist jetzt auch offen. Dann gehe ich hier doch mal erst rein. Und hopp. Und hopp. Und zack. Komm, ich nehme dich auseinander. Aber die Fallen, die fliegen nicht weg. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen witzig. Ah, dieser verdammte Kolm. Der ist einfach so grandios gut. Das ist einfach so ein Mörderteil. Fall mal feilen. Nö. Die sind ja auch so mega schlecht, sage ich mal. Ah, es macht aber auch ganz schön komische Geräusche, die komische Kugel. Das ist eine normale Holztür. Jetzt ist die Frage, geht es hier weiter oder muss ich jetzt woanders lang? Was ist denn hier? Ich erkunde mal alles so ein bisschen. Ich meine, die Zeit muss meiner Meinung nach sein. Weil mich auch interessiert, wo ich denn hier hinkomme. Abgesehen von, ähm, nirgends wohin. Ich bin doch doch echt direkt den richtigen Weg gegangen. Nicht schlecht. Hier oben geht es, denke ich mal, für mich nicht weiter. Ne. Leider nicht. Die anderen Seite auch nicht. Alles klar. Dann war der erstgewählte Weg doch schon der richtige. Und diese Kugel machen wir noch dieses komische Geräusch weiter vor sich hin. Können sie auch gerne machen. Erneutes speichern, ne. F5 ist ja unser bester Freund, wie die meisten von euch ja mittlerweile wissen. Leute. Hier ist jetzt eine Truhe. Hier hinten liegt eine Leiche. Oh, 20 Gold diesmal nur dabei. Mensch, das war diesmal eine arme Leiche. Ähm. Die Truhe. Orkischer Pfeil. 24 Gold. Sehr schön. Stock, 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 stock. Mensch, das hört sich doch so ultra komisch an. Ah, ich treffe gerade nicht. Das ist nicht so gut. Ah, was ist mit Farkas los? Farkas zieht in den Nahkampf. Mensch. Ist ja mal was ganz Neues. In Anführungsstrichen. 25 Gold. Hier ist noch ein Gegner. Der ist wahrscheinlich hier oben. Ja. Hab ich's mir doch fast gedacht. Und. Zack. Zweimal raufhauen. Hat sich das auch gegessen. So, kein Seelenstein ist groß genug. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die echt relativ große Seelensteine füllen. Und jetzt gleich müssten wir eigentlich schon relativ dicht am Ziel sein. Hier ist ein Arcana-Verzauberer. Hier kommen wir noch nicht durch. Hier ist aber eine Tür. Experte. Oh, oh. Er ist da Dietrich weg. So, hier, ne. Alles live. So. Ein Dietrich hab ich verbraucht. Sehr schön. Weh, da ist jetzt wieder so ein Mist drin. Ey, dann bin ich traurig. Truhe. Rolle des Schutzkreises. Ne, muss nicht sein. Äh, gewöhnlicher Smaragd. Den kann man mitnehmen. Oder Untote bis Stufe 35. Die den Zirkel betreten, ergreifen die Flucht. Der Zauberner heilt innerhalb des Zirkel. 20 Gesundheitspunkte pro Sekunde. Jo, ist eigentlich ganz nett, aber. Was soll ich damit? Ich bin ein Mann. Und ein Mann kämpft. Ehrlich. Ah, der Schaden, das Scheiß macht Schaden. Ne. Ach, keine Ahnung. Egal. Hier ist nichts Tolles, außer diese komische Urne. Ähm. Ja, manche haben schon mal gesagt, warum nehme ich denn die Ringe nie mit? Das ist ein gutes Argument. Werde ich mich jetzt dran halten. Vor allem, weil ich eh im Moment genug Platz hab. Wieder speichern. Wieder geht's weiter. Diesmal kommt die Galerie. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part schon geht. Ich hab gar nicht mal eine Uhr hier angemacht. Ist natürlich nicht so gut. Da habt ihr wahrscheinlich diesmal das Glück. Und dann wird der Part wahrscheinlich über 15 Minuten gehen. Weil ich das jetzt hier einfach zu Ende machen werde. Farkas bringt wieder seinen üblichen Spruch. Er findet alles super. Alles überwältigend. Alles ist atemberaubend. Und noch eine Truhe hier über Experte. Will ich das hier jetzt probieren zu regeln. Und auch wieder der zweite Dietrich. Sehr schön. Heiltrank. Kleiner Seelenstein. Schwach Vulkan. Glas Stiefel. Die haben wir auch noch nicht. Ein Zwergenschild interessiert mich nicht. Ebenerz Kriegsachs. Das sind Sachen, die kann man hier alles ihnen geben. Er ist ja so ein Ebenerz Fanatiker. Vielleicht hat er da sogar so eine kleine Vorliebe oder so. Wer weiß. Lavendelkling. Ich hau ihm die jetzt einfach mal rüber. Ebenerz Streitkolben geben. Ebenerz Kriegsachs geben. So. Aber man Ebenerz Pfeile behalte ich. Die kriegt er nicht. Die behalte ich. Die kriegt er nicht. Ja. So ist das. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Ruine. Mal sehen, was uns hier jetzt erwartet. Also ich werde das jetzt bis zum Ende spielen, bis ich es durch habe. Wenn es 20 Minuten geht, ist es so. Wenn es 30 Minuten geht, ist es so. Freuen sich mal wieder ein paar von euch. Ein paar vielleicht auch nicht. Ich will hier jetzt auch nicht meine Parts in die Länge ziehen. Nach dem Motto von wegen, äh, um Parts zu sammeln oder so. Dass ich hier schnell 200 voll haben möchte. Nein, das ist Quatsch. Ich spiele einfach. Und hier ist ein Gegner. Zack. Zack. Komm schon her, Mensch. Weil der Spruch für dich eigentlich voll blöd ist. Da müsste ich mir eigentlich was anderes einfallen lassen. Ähm. Zack. Und hopp. Scheinbar. Also ich sehe jetzt mal davon stark aus, dass es das Einzige ist, was sie können. Also lag so relativ richtig, Farkas. Schlüssel erforderlich. Ach, Mensch. Oh, hier steht ja noch einer. Meinte ich so kalt. Oha. So. Ich hätte nur den blöden Teller genommen. Das war jetzt natürlich nicht meine Absicht. Knochenmehl kann ich auch ruhig an mich nehmen. Wieder so eine verweste Leiche. Naja, was soll's. Besser als eine Spinne. Und wie komme ich hier jetzt hoch? Das ist eine gute Frage. Mit dem muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Sonst komme ich hier gar nicht weiter. Ah, da muss ich grad passen. Also grad hab ich wirklich keine Ahnung. Vielleicht kann ich hier nochmal drauf drücken. Passiert dann was? Nee. Hier hinten rum kann ich auch... Ach doch, die Tür ist jetzt auf. Alles klar. Aber warum ist die denn jetzt aufgegangen? Naja. Würde es uns wohl ein Rätsel bleiben. So. Kaiserliche Schwert. Nein, juckt mich nicht. Äh. Wieder verweste Leiche. Hier ist ja so eine Falle. Oh, Meister. Es wird hier ja immer spektakulärer, sag ich mal. Gucken, wie lange ich für das Schloss brauche. Okay. Nein. Dann in die andere Richtung. Hier irgendwo. Auch nicht. Oh, wie klein ist denn der Punkt? Ach, Quatsch. Ich hätte gar nichts machen brauchen. Auch geil. Und das einfach jetzt nur für die Holztür. Die mir wahrscheinlich wieder mal fast gar nichts bringt. Eine leere Schatulle. Ähm. Ein Ausdauertrank. Verstärkung Schießkunst. Und eine Truhe. Hinter der steckt... Rolle des Schrecken-Zombies. Belebt einen schwachen Toten wieder. Und lässt ihn 60 Sekunden lang für mich kämpfen. Das brauche ich nicht. Steel Tanto. Äh. Brauche ich auch nicht. Diese hinzugefügten Waffen aus einer Mod. Jetzt hier nochmal eine Truhe. Heiltrank Dietriche. Sehr schön. Haben wir die auch wieder raus. Stolperdraht. Ah, sehr gut. Habe ich das sogar so ausgelöst, dass ich damit jetzt nicht mehr rumhantieren muss. Was hat das jetzt gebracht? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es auf jeden Fall gut war, wichtig war oder sonst was. Ähm. Demnach ist hier jetzt noch ein Gegner. Ja. Sicher habe ich zum Glück hier oben auf der Karte. Kompass, wie auch immer gesehen. Hätte es uns auch böse enden können. Aber naja. So. Ah gut. Wir sind da doch jetzt schon wirklich ein bisschen länger drin. Ich weiß nicht. Guck mal, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Fünf Minuten dreißig. Seit ich das erste Mal gecheckt habe, dass ich nicht aufnehme. Ja, es ist natürlich schon ein bisschen her. Ja, mal sehen. Ich lasse es jetzt einfach so. Könnt ihr euch einen Keks freuen? Ich tue es natürlich auch. Also hier einmal rüber. Hier einmal rüber. Sehr schön. Mensch, das läuft hier wie am Schnürchen. Ich muss jetzt kurz einmal speichern. So, hier bin ich wieder. Musste kurz einmal was erledigen. Aber ist ja egal, ob ihr jetzt gar nichts mitbekommen. Für euch ist das ja jetzt so, als wäre nichts gewesen. Das ist auch gut so. Dichterum habe ich gesehen. Und zack. Mensch, fuck. Ich finde das mittlerweile richtig gut. Also mittlerweile ist er echt ein guter Partner. Anfangs war er ja ein bisschen schwach, sage ich mal. Aber jetzt kann man den mittlerweile echt halbwegs gebrauchen. So. Komm, hüpf. Und hopp. Geil, geil, geil. So. Kaiserlicher Bogen. Ne, das juckt mich ja alles nicht so. Äh, da kann man jetzt hochgehen. Hier kann man jetzt hochgehen. Gehe ich erstmal hier hoch. Denn hier ist absolut gar nichts. Außer der Trank der Unsichtbarkeit. Ich denke mal, den benötigen wir nicht. Ich musste mich ja bisher noch nie unsichtbar machen. War ja immer auch alles so halbwegs in Ordnung oder umsetzbar. Und ich habe nicht vergessen, bevor das jetzt irgendjemand denkt. Äh, hier das Haus in Einsamkeit. Da war ja die Mehrzahl von euch, sage ich mal, für, dass ich mir das kaufen soll. Manche sagen, das lohnt nicht. Andere sagen halt, doch, hol einfach für 36.000, ist das voll in Ordnung. Dann mache ich das. Ich meine, ich werde hier alles in dem Spiel haben. Aber definitiv keine Geldprobleme. Selbst wenn dann das meiste meines Geldes weg ist. Man kriegt hier so schnell Geld, wieder Sachen. Man findet bessere, als man kaufen kann. Ich meine, da kann man sich jetzt nicht beklagen. Ist hier jetzt hier unten aufgegangen? Ja, ne? So. Ah, hier geht es doch weiter. Das ist doch sehr geil. Jetzt kommen wir in die Katakomben. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also bislang habe ich... Ich habe richtig Bock auf so einen Endgegner, an dem ich wieder richtig verzweifle. Dann werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen rumfluchen, mich ein bisschen aufregen, ein bisschen rumposaunen. Ein bisschen auf die Kacke hauen. Aber es geht ums Prinzip. Gegnern, die vordern, machen einfach Spaß. Und deswegen fand ich auch diese nachfolgende Quest der Diebesgilde so mega geil. Mit dem Erzmagier, mit dem Amulett und den Söhnen. Das fand ich so, so, so dermaßen geil. Das glaubt ihr gar nicht. Vor allem, wie gesagt, dieser eine Gegner, an dem bin ich ja wirklich verzweifelt. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und sowas... Weiß ich nicht. Sowas finde ich mal ganz geil, wenn man im Spiel dann nochmal ordentlich gefordert wird. Außer jetzt diese kleinen Falmer-Dinger. Die jetzt einfach so auftauchen, auf einmal richtig stark geworden sind. Das krebt mich richtig auf. Aber jetzt hier. Macht euch bereit für den Kampf. Ich bin bereit. Ich werde euch hier alle auseinandernehmen. Juckt mich gar nicht. Komm her. Ah. Viele Gegner, viele Gegner, viele Gegner, viele Gegner und ich bin tot. Das war schlecht von mir. Naja. Gut. Ich unterbreche das hier kurz. Oder nee, brauche ich gar nicht. Ähm. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich... ...diesen Zauberspruch wirke, dass ich mehr... ...mehr Rüstung habe und dann einfach hier kurz raufkloppen. Und... Ah, so. Einfach kurz rauf auf den Mist. Alter Falter, was ist denn da los? Oh, der scheint stark zu sein. Das finde ich geil. Ich bin da gerade viel zu voreilig rangegangen. Mache ich es diesmal anders. Ähm. Gucke ich mal, ob ich den da wegziehen kann. Nein, die kommen jetzt alle. Muss ja partout nichts Schlimmes sein. Wie wäre es, wenn ich da mal den neuen Stab ausprobiere? Den Wabberjack. Habe ich ja eben gerade im vorigen Part einmal schon mal kurz gemacht. Aber was passiert dann... ...hier mit diesen Viechern? Und... So. Sieht doch jetzt schon deutlich besser aus. Als eben gerade noch. Wobei, was war das gerade für ein Zauber, den er angewendet hat? Weiß das einer? Oh. Bin ich tot oder eingefroren? Ich bin tot. Alter Falter. Ja, muss ich jetzt die andere Maske aufsetzen? So, die mit Frostresistenz. Äh, wo haben wir sie denn? Äh, nicht großes. Äh, hier. Ota. Widerstand gegen Feuer, Frost und Blitz wird verbessert. Weil sonst wird das ja nichts. Das kriege ich ja nicht hin. Es sei denn, ich greife direkt ihn an. So, ähm... Äh, Hilfe. Äh, Trank, 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 Trank. 150, 150. Ah. Somit hab ich ihn. Was hat er hier jetzt? Totenbeschwörerrobe. Äh, Stahldorch. Rolle Schreckens. Das ist ja jetzt erstmal alles relativ. Was ist... Was ist... Was bist du denn hier jetzt für ein Typ? Warum bist du denn auf einmal so böse und gefährlich? Warte doch eben gerade nicht. 75, 50. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Ah, so. Nehmt den Erbrecher von seinem Sock. Ja, mach ich sofort. Kleinen Moment. Gut. Ja, dann war es doch das Beste, dass ich einfach direkt auf ihn gegangen bin. So, direkt speichern. Dann nehmen wir hier doch gleich mal sofort die Waffe weg. Aber vorher möchte ich jetzt nochmal die Leichen durchsuchen. Ich meine, die haben alle relativ viel Geld dabei. Das ist relativ gut. Und dann können wir auch schon mal auf unser nächstes Häusle... ...hinaussparen. So, er hatte nichts mehr dabei. Der liebe Wieser. Malkoran. Ich muss sagen, der war auf jeden Fall, was Zauber angeht, richtig, richtig gut. Sein einer Zauber war richtig krank. Aber zum Glück bin ich dann noch auf die Idee gekommen, direkt in den Nahkampf zu gehen. Mit den Pots war das dann alles eigentlich kein großes Problem. So. Kommen wir der Sache jedoch schon näher. Oh Gott. Jetzt hier. Aktivieren Sockel. Downbreaker hinzugefügt. Der Dämmerbrecher ist jetzt in unserem Besitz. Alter Falter. Da interessiert mich jetzt auch mal, was das für ein Schwert ist. Und was das kann, wie das abgeht. Oh, wir sind wieder im Himmel. Ich will das kurz nachgucken. Das erste, was ich jetzt machen möchte. Alter Falter. Bei 89 Schaden, 8000 Wert steckt Ziele für 43 Schadenspunkte im Brand und verursacht bei durchaus resultierenden Tod eines Untoten. Eine Feuerexplosion. Die umstehenden Untote vertreibt oder tötet. Jo. Das ist eine kranke Waffe. Die ist richtig krank. Richtig krank. Alter Falter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah. Ja, das ist geil. Alter Falter. Wie geil ist das denn? Ja, bitte, bitte. Und danke für das Schwert. Und ihr sollt ihn verkünden. Vor allem, da sieht die Waffe auch noch so ultra geil aus. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen. Also, die Dädrischen machen immer oder machen nicht immer einen sonderlich bösen Eindruck. Wie sagt sie? Oh, kleinen Moment. Oh Gott, Entschuldigung. Das habe ich jetzt rausgeschnitten. Ich habe gerade genießt. Das war jetzt nicht meine Absicht. Tut mir leid. Aber ich muss sagen, richtig geil. Richtig, richtig geil. Das ist jetzt der Kolben von Marlock Ball. Können wir nicht auch rein theoretisch beide tragen? Oder ist das jetzt eine Zweihandwaffe? Ne. Dann muss das doch rein theoretisch gehen. Ähm. Wo ist der hier? Der Marlock Ball Mist. So. Jetzt sind wir doch perfekt ausgerüstet, oder nicht? Alter Falter. Alter Falter. Das Scheißding macht 99 Schaden. Und das macht 89 Schaden. Boah. Wir drehen komplett durch. Wir drehen komplett am Rad. Meine Freunde. Finde ich geil. Mal gucken, wie lange das so passt. Jetzt sind wir auch noch ein Level abgewonnen. Alter Falter. Jetzt überschlägt sich hier alles. Gut. Vielen Dank für den Hinweis für diese Quest. Also, das war richtig geil. Auch das mit dem Tempel hat richtig Bock gemacht. Die Waffe ist natürlich umso geiler. So. Ich hoffe, euch hat es auch genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann. Überlegen wir uns mal, was wir dann machen. Wahrscheinlich kaufen wir als erstes erstmal. Das Haus. Und dann sehen wir weiter in Einsamkeit. Bis zum nächsten Mal.